Hallo, ich bin Chris Marquardt und ich bin euer ExpoCaster. Läuft das schon? Oh, hallo. Ja, worum geht's hier? Ich erkläre euch jetzt einfach mal, was es mit dieser ExpoCaster-Geschichte auf sich hat. Punkt 1, ich bin Chris Marquardt. Punkt 2, ich bin Podcaster mit Tips from the Top Floor und Happy Shooting und mache das schon seit über einem Jahr. Ich habe dieses Jahr den Podcast Award in der Kategorie Education gewonnen und den werde ich mir holen und zwar in Ontario, Kalifornien auf der Podcast & Portable Media Expo. Die findet einmal im Jahr statt, zum zweiten Mal dieses Jahr. Ich habe auch zum zweiten Mal den Preis bekommen und deshalb nehme ich euch mit auf die Expo. Ich habe Interviews, Soundsees, Videocasts, Bilder und ja, es wird spannend. Kommt doch mit. Auf www.expocaster.de oder auf expocaster.pepper.de. Da geht's das. Eine Woche lang ganz intensiv dabei sein. Bis zum nächsten Mal.